Fahr nicht so dicht dran, Mann! Geht's noch auffälliger? Was denn? Ich fahr unauffällig. Ja, klar. Fünf Typen in Lederjacken und ne Doggy im Auto. Super unauffällig. Wir sind Jungs! Komm, drauf! Gold! Chris ist wieder da. Hey, Chris, Mann! Er kommt zu Hause. Ey, Mann, hab ich euch Arschgegen vermisst, Mann! Ich liebe euch! Ist sie nicht fantastisch? Du schaffst das, mein Schatz. Sophie kann so viel erreichen. Das ist unsere Chance. Bald sind wir ja in Paris. Es ist eine Riesenchance. Wirft die bitte nicht weg. Hey, ich bin übrigens Sophie. Hi. Ich bin... Flo. Geist. Ey, was macht denn das Prinzessin hier? Ist das echt dein erster Döner? Krass. Du kannst doch nicht alles für so einen Jungen... Ja, Alter! Du bist ein Rox. Und sie kommt aus Beverly Hills. Du hast dich nicht in die verknallt. Ach, Quatsch. Du bist ein Rox. Der verarscht dich bloß. Ich schwör's dir. Was macht jemand wie du in dieser Gang? Nein! 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 Die Lichter der Stadt vertreiben die Sterne, weißt du? Also sind die Sterne, die wir sehen, die härtesten. Wie Rocks unter den Sternen. Ja! 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 Ja!